Ey yo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin RoboXKy und heute spielen wir mal Pac-Man. Auch wieder was anderes, aber ich würde sagen, let's go. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Pac-Man. Tut mir leid wegen der Werbung, obwohl die können wir auch einfach wegklicken. Aber da kommt neue Werbung. Egal. Play. So. So. Falls ihr wohl wissen wollt, wie man Pac-Man spielt, da gibt's so einen Link im Internet. Und da könnt ihr dann einfach Pac-Man spielen. Wenn ihr einfach Pac-Man schreibt, könnt ihr Pac-Man spielen. So. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Oh, sie verfolgen mich schon. Nein, 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 nein. Ich bin rot. So. Ja, ich bin ready. So. So, 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 so. So, 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 so. Die krieg ich noch. Ich krieg ich noch. Ja. Ja. Oh, das ist schon der Nächster, der mich verfolgen will. Nein, die umzählen mich. Das ist voll schwer, Leute. So, einmal hier runter, die Punkte mitnehmen. Ich wollte unbedingt die Punkte. Ich dachte, ich schaffe das noch. Game over, nein. So, nehmen wir mal Mrs. Pac-Man. Oh, was ist das denn für eine Map? Egal. So. So, den kriegen wir auch noch. So, zurück, zurück, zurück. Ja. So. So, zurück. Annalzu. Ja, 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 ja. So, zurück. Nein, 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 nein. Die sind tot. So. Oh, da unten gibt es noch einen Punkt. Aber da ist gerade dieses Monster. Und zingeln die mich hier noch? Mann. Wir haben es geschafft, Leute. So, ist eine neue Map, ist es glaube ich. Nee, ist die alte Map wieder. So. Nur eine Erdbeere. Die nehme ich natürlich mit. Oh ja, das ist meine Chance. Das ist meine Chance. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja. 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 Nein. Wir sind tot. Game over. Nehmen wir mal Cookie Man. Ich frage mich, was das erste Videospiel auf der Welt war. Wisst ihr es, Leute? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Oh, da sind kleine Cookies. Kleine Cookie. Juhu. Jetzt hat er sich direkt verwandelt. Da hat er sich direkt verwandelt. Und die umzingeln ein Aure. Hey, das ist voll schwer, Mann. Ach so. Immer so, 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 so. Gehen wir hier mal rum. Nein. Ach man, wir sind tot. Nehmen wir mal wieder einen normalen Pac-Man. Von welcher Filme kommt eigentlich das Videospiel? Wisst ihr es? Schreibt es dann mal bitte in die Kommentare. Ich glaube von Nintendo, weil es sieht aus wie so ein typisches Nintendo-Spiel. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich von Nintendo ist. Also es gibt ein Pac-Man-Spiel für die Nintendo Switch. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich von Nintendo ist. Also Pac-Man. Aber ich wurde umzingelt. Was soll man da machen, Leute? Aber wir haben es gleich geschafft. Wir umzingeln ein, ja. Nur noch die Punkte hier oben müssen wir einsammeln. Dann haben wir das Level geschafft. Ja, okay, wir haben es. Wir haben es. So. Dann geht es jetzt schon mal los, Leute. Die oben zingeln ein, ja. Was soll man da denn machen? Game over. So, Leute, damit würde ich auch sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und damit würde ich sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. P industẽ lock fe P Beaut aff Vielen Dank.